Na, wo soll es denn jetzt hingehen? Da hast du bei Dallmy geschlafen. Bei Dallmy hast du geschlafen. Och, und die Mama muss wieder putzen, putzen, putzen. Hey, wühlt er sich da durch. Wühlt er sich da durch. Sieh nach. Ja. Hm, das ist mutzig gemacht. Was? Musst du putzen, putzen, putzen. Ja. Da haben wir euch Lala angemacht, ne? Sobald ihr jetzt hören könnt. Und wer ist denn hier? Ja, da guckt die Jamba mal ein bisschen rein. Ne, Jamba. Jamba. Jo, hast du fliegen geworden? Ja, freust du dich? Ja. Jamba freut sich. Ja. Ja. So, sind alle wieder an der Milchbahn. Ja, und Mama muss putzen. Vielen Dank.